bereits mit drei verschiedenen promitanzpartnern konnte ekaterina leonova let's dance gewinnen sie zählt zu den absoluten fanlieblingen und vor jeder staffel wird ihre teilnahme gefordert über ihr privat und speziell ihr liebesleben wird immer wieder spekuliert in einem neuen interview spricht die profi tänzerin nun über ihre berufliche zukunft sie plant bereits für die zeit nach let's dance und baut sich ein weiteres standbein auf let's dance männer haben es leichter im hamburger gruselkabinett dungeon demonstrierte ekaterina leonova kürzlich dass sie auch schauspielerisches talent besitzt für einen tag schlüpfte sie in die rolle piraten braut ihr debüt als darstellerin gab sie bereits 2022 bei der schiffsarzt womöglich werden wir ekaterina leonova noch öfter als schauspielerin sehen denn gegenüber rtl deutet sie an dass sie let's dance womöglich nicht mehr allzu lange machen wird ich glaube als mann als profi tänzer ist das tanz leben länger als bei einer frau ich kann mir nicht so gut vorstellen dass ich im alter von christian polanz oder massimo sinato genauso viele männer abkriege die unbedingt mit mir tanzen wollen erklärt die 37 jährige zur einordnung ihr kollege christian polanz ist 46 massimo sinato 43 jahre alt in sechs jahren könnte ekaterina leonova also nicht mehr mit dabei sein was ekaterina leonova für die zukunft plant schon jetzt scheint sie jedenfalls über die zeit nach let's dance nachzudenken immerhin stehen ihr einige türen offen so ergänzt die tänzerin du kannst immer unterrichten du kannst immer als trainer arbeiten aber da muss man sich gedanken machen ob das ein sicherer weg ist die schauspielerei dürfte daneben sicherlich eine option für sie bleiben zudem war sie auch schon jurorin in der casting show das supertalent offensichtlich ist ekaterina leonova bereit immer wieder neue dinge auszuprobieren ihren fans dürfte ein baldiger abschied von let's dance jedenfalls gar nicht passen schließlich ist ekat aus dem format kaum wegzudenken in der vergangenen staffel belegte sie mit detlef soß den dritten platz mit timon krause reichte es 2023 für platz vier aufnehmen Untertitelung des ZDF, 2020